Hey na, nachdem ich das 1.2 Update von Live and Run veröffentlicht habe, wollte ich mir eigentlich eine kleine Auszeit nehmen. Jedoch, nachdem ich mich mit meinem guten Freund PewDiePie unterhalten habe, hat er mir vorgeschlagen, ein Spiel nachzuprogrammieren, welches er gespielt hat. Danach habe ich ihn gefragt, ob es nicht vielleicht auch ein anderes Spiel gibt. Da hat er mir Getting Over It empfohlen. Ich brauche echt dringend Freunde. Oder ein Leben. Äh, aber ja, ich mache das Spiel Getting Over It nach. Ihr wisst schon, das Spiel, was diese Reaktion hervorruft. Ah, fuck you! Grüße gehen raus, Amisha. Also jepp, los geht's. Als erstes habe ich mir überlegt, wie ich die Spiele abfucken will. Und ich habe mir gedacht, dass es mit einer Golfballmechanik relativ leicht wird. Da dieser Teil noch nerviger ist, als die eigentliche Getting Over It Mechanik. Somit habe ich mir einfach ein Skript dafür geschrieben. Äh, das Skript. Ja, es ist nicht viel, aber es erfüllt seinen Zweck. That's what she said. Yay, das Spiel wäre bereit, jetzt. Aber es sieht grafisch, ja, noch nicht so ansprechend aus. Weshalb ich etwas mit den Unity Shadern experimentiert habe. Ja, ich sollte es besser lassen. Aber zum Glück habe ich auf GitHub ein Skript für einen Shader gefunden. Ich meine, ein Skript für unseren Shader. So, das ist es halt bei der Softwareentwicklung. Findet euch damit ab, ja? Ja, jetzt muss nur noch ein Hauptmenü her. Und nur durch meine kreative Ader und das Entfalten meiner puren Kreativität habe ich das gesaubert. Kann es sein, dass ich immer schlechter werde? Ihr könnt das Spiel übrigens auch selber spielen auf meinem Discord-Server. Doppelte Werbung hält besser. Hab mir schon mal ein Sensei gesagt. Vergesst auch nicht, das Video zu bewerten und den Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen und nichts mehr zu verpassen. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.